Und damit herzlich willkommen zurück bei Naruto Shibuden Ultimate Ninja Storm 4. Wir waren zuletzt hier auf dem Schlachtfeld. Und da machen wir mal weiter mit... In der Hölle. Bis zum Ende spielen, wie immer, na klar. Da wollen wir mal gucken. Am I... Dead? Where am I? Somewhere halfway between life and death. Child of Uchiha. Your eyes. It can't be. You're from the Uchiha clan too? Well, if you can feel pain, it means you are still alive. So you saved me? Thank you. You can thank me later. You see, I intend to make you pay me back in full. Okay, what do I need to do? I need to get back to the Hidden Leaf village. We're in the middle of a war. And now that I've finally awakened my Sharingan, I'll be much better at protecting my allies. Protecting your allies? What? You will not be able to go on working as a ninja with that body. Wake up. Nothing in this world goes the way it should. Would you shut up already? I don't want to stay here forever. Enough. Neither of us can get out of here. Not with these bodies. Just who are you? I am the ghost of the Uchiha. Madara Uchiha. Madara? But Madara already died. Ages ago. Then I suppose I am a relic from the past. It is true. If I was not receiving a steady supply of chakra from that statue back there, I would be dead in an instant. I am cheating death. Why would you capture a half-dead kid like me? We are going to break the cycle of cause and effect. Create a world with only victors. With only peace. With only love. A world that contains nothing but those things. Why should I care? Look, I just want to go back to my village, okay? If you want to die, that is your choice. But I shall take that eye of yours before you do. Why do you want my eye? You already have your own. And I am still missing a right eye. The Sharingan's true power is unleashed. The left and right come together, you see. So, that means if I stand shoulder to shoulder with Kakashi, I'll get even stronger. Then we'll really be able to keep Rin safe. Just another reason why I need to get out of here. Just wait, you two. I'm still alive. I'll leave the rest to you. I'll leave the rest to you. Oh, what the heck are you doing? I just saw that you had started mumbling about Rin again. So, I got curious as to what kind of dream you were having. He always looks like such a loser when he's doing that. It's quite funny. He even drools sometimes. Ha, 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 ha. Hey, quit laughing, Guru Guru. Sorry. It's been a while since I first got here. The first time I saw you, I was scared to death. You're puppets who were created from the statue, right? To us, you look like the real puppet. Yeah, you're human. Yet half of your body is artificial just like ours. Worried about Madara? He went on and on about breaking the cycle of cause and effect or whatever, and then he goes to sleep forever. Oh, didn't you understand what Madara was talking about? Basically, his idea is to chuck out all the bad stuff in the world and run away to a dream world where everything's good. Since it's a dream world, you can do whatever you like. You can even bring dead people back to life. What? Now that just sounds ridiculous. Ha, 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 ha. Maybe to you. Shut up. You're way stupider than me. Bingo! Ha, 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 ha. Jeez. I don't know if you're making fun of me or if you're the idiot. But I guess there's no point in worrying about that now. I just need to get used to this body as quickly as possible. Come on, you guys. Time to get to work. Okay. More rehab, right? I take it you're ready? Of course! All right. Let's fight! So, jetzt darf ich auch mal vernichten, Guru Guru. Mit mehr als 50% Gesundheit Gewinn. Hier von mehr als 40 besiegen weißer Set zu 70, 100. Ui, ui, ui. FC. Ja. T言- trust. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Hm, das ist gemein. Ich muss ein bisschen Abstand gewinnen und Chakra aufladen. Hm, jetzt kommt der Scheiße wieder. Wieder nicht. Oh, das ist doch doof. Aua. Alter, das gibt's doch nicht. Oh, 40 besiegen hab ich. Oh, das ist doch nicht. Oh, das ist doch nicht. Oh. Bäh. Ich müsste mehr reden im Let's Play. Das fällt mir grad auf, aber ich konzentriere mich hier in den Kampf rein, das ist das Schlimme. Oh, du kriegst jetzt Eilmilk auf. Ich schlägt der zu, sage mal. Ja, wieder Rang A. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist die. Oh, nein. Das ist das? Oh, nein. Bunch of Hidden Mist Ninja! Du noch nicht noch die Rock zu brechen. Aber ich muss mich helfen, Rin und Kakashi. Wo ist mein Körper, dann? Aber du arbeitest für Madara, nicht? Du bist sicher, dass du gut bist? Du willst helfen, deine Freunde, nicht? Danke, Gudu-Gudu. Okay! Du bist weg? Ich bin froh, dass du mir helfen kannst. Aber ja, ich werde jetzt weg. Ich muss. Ich bin froh, ich bin froh. Okay, ich bin froh. Okay, lass die Navigation mit mir. Meine Alliaten stehen auf der ganzen Welt. Es wird ein Stich. Wie sieht es aus? Uh, ziemlich schlecht. Ich bin froh. Sie immer sprechen über Hidden Mist Experiments. Ich verstehe nicht. Aber es gibt ein paar Bezahlen von denen, die sich auf der Green und Kakashi befinden. Was ist Minato-Sensei? Wer? Ich habe gesagt, was du denkst, du bist, Yellow Flash of the Leaf? Ich denke, er hat in eine andere Mission. Er ist nicht mehr nahe. Daher fanden. Nur wenn wir ihn die meisten brauchen. Kakashi? Du hast verabschiedst. Bitte. Du musst zu retten Rein. Ich werde in die Zeit, bald. Rein? Nein. Das ist Spray von der Collision. Reen und Kakashi sind da. Was ist dein Plan? Ist das nicht so obvious? Ich werde direkt in schrauben. Was ist das? Warum sehe ich Dinge? Keine Weise das eigentlich passiert. Kakashi und ich mussten sie... ...zurem sie! K-Kashi! Wait... What's going on? What? Back up! What an idiot! He's all alone! Take him out! Eieieieiei... Fährt mehr als hünften... ja, hundert bis so hundertzwanzig, alter... Can't be happy! This isn't real! Are you an idiotic ninja? Was ist das hier? Oh... 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 Das geht ja ratz, ratz hier. Ich krieg doch be. Was soll ich denn alles machen? Hier geht's! Was ist das? The first Hokage of the Hidden Leaf can use that Jutsu, right? So, dass wir die 120 Leute haben... Das mit die 120 Leute habe ich ja erledigt. Wieso dann bloß A? Ich verstehe es. Ich bin... in Hell. Nichts in dieser Welt geht so wie es sollte. Ich bin... Als es ein Weltraum ist, kannst du was du möchtest. Du kannst sogar die Menschen in die Welt bringen. Rein. Wir werden wieder zusammen sein. Ich werde ein Welt, wo wir wieder zusammen sein können. Ich werde... ...ein Cycle... Das ist der Grund, dass ich zurückgekommen bin. Ich bin... 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 Ich bin...